Hallo Sammelfreunde, ich begrüße euch zu diesem neuen Collectors Video mit einer weiteren Displaybox der Magitex Chrome Cards zu den europäischen Klubwettbewerben der Saison 2021-2022 von TOPS. Die erste Box, die wir geöffnet haben, war jetzt nicht die überragendste, von daher kann es heute eigentlich nur besser werden. Zumindest ist das meine Hoffnung, schlechter geht es sicherlich auch noch, aber wir lassen uns einfach mal überraschen, was wir in dieser Box mit den insgesamt 72 Cards, die sich auf 18 Booster verteilen, finden. Zur Kollektion habe ich ja im ersten Video schon relativ viel erzählt, vielleicht noch so viel, eine Box kostet 75 Euro, ist damit 20 Euro teurer geworden als im Vorjahr. Was man sicherlich ein bisschen kritisch sehen kann, denn TOPS hat die Anzahl der insgesamt im Umlauf befindlichen Boxen deutlich erhöht. Was man daran erkennen kann, dass es in diesem Jahr drei Parallel-Versionen mehr gibt und durch die zahlreichen Premium-Kollektionen, die TOPS ja inzwischen auch veröffentlicht. Man denke da nur an, die vergangene Saison haben diese Magitex Chrome Cards natürlich auch nicht mehr diese Wertentwicklung wie die Karten aus der Premium-Kollektion. War in der letzten Saison noch ein bisschen anders, da es die Kollektion damals zum ersten Mal gab und auch noch keiner wusste, dass TOPS über das Frühjahr bzw. den Sommer dann so viele Premium-Kollektionen veröffentlichen wird, wie sie es getan haben. Was dann natürlich den Wert dieser Magitex Chrome Cards, die auf dem amerikanischen Markt auch nicht so einen Status haben wie die Premium-Kollektionen, die von dort kommen, deutlich hat einbrechen lassen und daher das hier sicherlich dann inzwischen auch eher ein Produkt für Sammler als Spekulanten. Mit der ein oder anderen Karte, die sehr niedrig nummeriert ist und dann von einem der absoluten Topstars ist, kann man natürlich auch hier noch entsprechend Gewinn machen. Aber da die, wie gesagt, in diesem Jahr noch deutlich schwerer zu treffen sind als in der Vorsaison, während wir in der Zwischenzeit mal einen kurzen Blick auf die Orts werfen, sind die 75 Euro dann natürlich auch ein Betrag, den man dann auch wirklich nur mit einem der Top-Treffer aus dieser Kollektion wieder rausbekommt. Wir lassen uns mal überraschen, ob vielleicht einer davon dabei ist. Aber wer die Cards sammelt hat, natürlich daran dann auch insgesamt deutlich mehr Freude als derjenige, der sie nur zum Spekulieren kauft. Und wir beginnen mit Idrissa G. von Paris Saint-Germain. Dann haben wir Marcelo Brozovic von Etermailand, Giovanni Rehner als Man of the Match von BVB und Curtis Jones von Liverpool. Und wir starten direkt mit einem Base-Päckchen in die Kollektion und vor allem auch mit einem Päckchen, das wir so fast identisch in der vorherigen Box hatten. Da hoffe ich doch mal stark. Dass sich das noch ein bisschen abwechselt. Nächstes Päckchen beginnt mit der Legenden-Karte von Roberto Carlos. Dann haben wir Olivier Giroud als Super-Signing-Karte vom AC Mailand. Susu von Sevilla. Und unsere erste Refractor-Karte ist Riyad Mahrez von Manchester City. Sechs Refractor-Karts warten insgesamt auf uns in dieser Box. Zwei Speckel-Parallels und mindestens acht farbige Parallels. In der ersten Box hatten wir sogar neun. Aber nachdem wir hier schon mit einem Base-Pack gestartet sind, das ist natürlich nicht die beste Voraussetzung. Aber wir schauen einfach mal weiter. Wir finden die Captains-Karte von Pepe von Porto. Dann haben wir Eric Garcia im Pricot von Barcelona. Kiran Treppier als Man of the Match. Und die erste farbige Parallel. Und das ist eine Purple Parallel, die zu 299 nummeriert ist. Mit Daily Blind von Ajax am Setup. Die Purple die höchste Nummerierung, die man treffen kann mit den 299. Die anderen alle niedriger nummeriert. Aber das werden wir dann sicherlich im Laufe dieser Box noch sehen. Weiter geht's zunächst mit der Captains-Karte von Hugo Loris von Tottenham. Dann haben wir Yusuf Paulsen für RB Leipzig. Renan Lodi als Next-Gen-Karte von Atletico. Und die nächste Purple Parallel. Diesmal ist es Leandro Parides von Paris Saint-Germain. Dann geht's weiter mit seinem Teamkollegen Rafinha. Anzu Fati von Barcelona. Hans Sattobur von Atalanta. Und da kommt unser erste Aqua Parallel. Die ist nummeriert 250. Und das ist Duvan Zapata. Ebenfalls Atalanta. Bergamo. Nächstes Päckchen beginnt mit Russland Malinowski. Auch Atalanta. Dann Golo Conte von Chelsea. Ruben Diaz als 100 Club. Und da ist unser zweiter Refractor Parallel mit Luka Modric von Real Madrid. So, nächstes Päckchen mit Vidi Junior von Real Madrid. Dann haben wir Ryan Gravenberg von Ajax. Serge Gnabry als Man of the Match. Und Olivier Giroud, den wir schon als Base Karte gesehen haben. Diesmal in der Refractor Version. So, die Hälfte der Refractors haben wir geschafft. Und unser nächstes Päckchen beginnt wieder mit einem Spieler von Real. Diesmal ist es Marco Arsenio. So, dann haben wir die Captain's Karte von De Bayern mit Manuel Neuer. Jack Grealish, Super Signing von Manchester City. Und erneut eine Refractor. Diesmal ist es eine 100 Club Refractor mit Marcus Rashford von Manchester United. So, müssen wir ein klein bisschen schieben, damit wir die dritte Reihe hier noch ins Bild bekommen. Denn ein bisschen was kommt ja noch. Wie zum Beispiel die Base Karte von Eric Dyer von Tottenham. Giovanni Arena vom BVB. Dann haben wir Bruno Fernandes aus dem 100 Club. Und unser erster Speckle Parallel mit Giovanni Di Lorenzo von Neapel. Im nächsten Päckchen finden wir die Super Signing Karte von Gianluigi Donnarumma. Dann Romin Lenormand von Real Societad. Elgif Elmas von Neapel. Und unsere nächste Refractor Karte mit Jules Kundé als Next Gen Karte von Sevilla. So, fünf unserer Refractors haben wir schon. Jetzt könnte es zur Abwechslung gerne auch mal wieder farbig werden. Wir beginnen aber zunächst mit der Base Karte von Michael Merino von Real Societad. Dann der nächste Dortmunder mit Raphael Guerreiro. Harry Maguire, Captain von Manchester United. Und dann wird's Neongrün mit Giorgio Calini, Captain von Juventus Turin, nummeriert zu 99. Nächstes Päckchen beginnt direkt mit einer 100 Club. Und das ist diesmal Neymar von Paris Saint Germain. Dann haben wir Martin Stecklenburg von Ajax. Schukwitze für Villarreal. Und da ist unser zweiter Speckl Parallel mit der 100 Club Karte von Manuel Neuer von den Bayern. Nächstes Päckchen beginnt mit Luis Diaz von Porto. Dann haben wir Robert Lewandowski von den Bayern. Marcos Llorente von Atletico. Und da haben wir eine Yellow Parallel, so wie es aussieht, mit Juri Tielemans von Leicester City. Hier im Licht immer ein bisschen schwer zu erkennen, ob das die Yellow oder die Gold sind. Und der Blick auf die Rückseite zeigt uns, sie ist zu 75 nummeriert und daher eine Yellow Parallel. So, nächstes Päckchen mit Alex Meret von Neapel. Dann haben wir André Silva als Super-Signing von Leipzig. Jordan Henderson, Captain von Liverpool. Und da ist unsere letzte Refractor-Karte mit Kian Mbappé von Paris Saint Germain. So, unsere Refractor haben wir jetzt alle. Von daher darf es gerne noch ein bisschen bunter werden auf der rechten Seite. Wir beginnen mit Gianluca Mancini von der Roma. Dann haben wir Marco Reus als Captain von Dortmund. Mohamed Salah von Liverpool. Und dann wird es zum ersten Mal pink mit der Man-of-the-Match-Karte von Federico Chiesa. Und die pinken nummeriert zu 199. So, unser nächstes Päckchen beginnt fast so wie wir aufgehört haben. Diesmal die normale Base-Karte von Federico Chiesa von Juventus. Dann Rui Patricio als Super-Signing von der Roma. Erik Lamila jetzt beim FC Sevilla. Und dann haben wir noch eine Purple Parallel. Diesmal mit Dejan Kulusewski von Juventus Turin. So, ich würde mal sagen, beim Blick auf die rechte Seite eine pinke fehlt uns noch. Und dieses oder das letzte Päckchen wird uns dann wahrscheinlich überraschen, ob wir noch eine Base-Karte treffen oder eine andere nummerierte Parallel. Zunächst aber die Base-Karte von David Alaba von Real. Dann haben wir Calabria vom AC Mailand. Seid Ben Ramah von West Ham. Und nochmal eine Refractor Parallel von Rafael Guerreiro von Dortmund. Und das relativ außergewöhnlich, da wir somit eine Refractor mehr in der Box hatten, als eigentlich drin sein soll. Da wäre eine farbige natürlich schöner gewesen. Aber immerhin besser als ein Base-Pack. So, unser letztes Päckchen beginnt mit Ante Rebic vom AC Mailand. Dann haben wir Serge Gnabry von den Bayern. Bruno Fernandes von Manchester United. Oh, dann haben wir tatsächlich ein Autogramm als allerletzte Karte in dieser Box. Und das ist Noah Lang vom Club Brügge. So, dafür kann man glaube ich gerade so verschmerzen, dass uns eigentlich eine farbige Parallel in dieser Box fehlt. Dafür eine Refractor mehr. Also da ist beim Packen ein klein wenig was durcheinander gegangen. Aber ein schöner Abschluss, wie ich finde, mit dem Autogramm von Noah Lang vom Club Brügge. Der jetzt nicht zu den Top-Vereinen in Europa gehört. Aber Noah Lang hat als Nachwuchsspieler ja da schon mit entsprechenden Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Ja, und damit sind wir dann am Ende dieser Box, deren Ergebnis ihr vollständig im Bild seht. Das Autogramm hat es dann so ein bisschen gerettet. Da für mich persönlich außer der Refractor-Karte von Marcus Rashford jetzt nicht wirklich was für meine persönliche Sammlung dabei war. Diesbezüglich hoffe ich dann mal auf die dritte Box, die wir uns auch noch zusammen im Video anschauen werden. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, ihr aber noch nicht regelmäßig dabei seid, dann solltet ihr euch eins der kostenlosen Kanalabos sichern. Und bevor wir dieses Video beenden, würde ich mich zum einen von euch noch über ein Däumchen nach oben freuen. Also nochmal auf den Like-Button hauen, wenn ihr das bisher noch nicht getan habt. Und zum anderen bin ich natürlich noch auf euer Feedback zu dieser Box gespannt. Und würde mich da natürlich auch über eine Einschätzung von euch zu den gezogenen Karten freuen. Das Ticket also jetzt noch schnell ins Kommentarfeld. Ich verabschiede mich in der Zwischenzeit. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss.